Griechenland. Viele Deutschen denken dabei an Urlaub, Gyros, Zyrtaki und Zwei Yusofir meine Freunde. Hey, vier meine guten Freunde. Doch das milde und sonnige Klima und die lange Küstenlinie bieten auch gute Voraussetzungen für Photovoltaik und Windkraft. Von einer Energiewende in Griechenland hört man in Deutschland allerdings wenig. Nachrichten handeln meistens von Problemen mit Schulden und der Schuldenkrise. Ob ein so hoch verschuldetes Land überhaupt Möglichkeiten hat, eine Energiewende zu finanzieren, wollen wir uns in diesem Video anhand aktueller Zahlen und Fakten aus der griechischen Energiewirtschaft genauer anschauen. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Ingenieurskunst. Der Fokus in diesem Video liegt zunächst auf dem Stromsektor. Das ist natürlich nicht alles in der Energiewende, aber die Grundlage, um die anderen Sektoren zu dekarbonisieren. Schauen wir uns hier zunächst die CO2-Emissionen im Stromsektor seit 1990 an. Diese erreichten ihren Hochpunkt 2007 mit 48 Megatonnen. Seitdem nehmen sie jedoch ab und zwar deutlich. 2023 waren es noch 16 Megatonnen und damit nur noch ein Drittel vom Höchstwert. Was Emissionen angeht, ist der Sektor also auf einem extrem guten Weg. Betrachtet man hier die CO2-Emissionen aller Sektoren, nimmt der Ausstoß ebenfalls seit 2007 ab. Damals war Strom in Griechenland mit Abstand der größte Posten. Inzwischen hat der Transportsektor den Strom abgelöst. In diesem gibt es noch so gut wie keinen Rückgang der Emissionen. Die letzten Jahre erkennt man sogar wieder eine leichte Zunahme, die aber vermutlich vor allem dem Corona-Einbruch 2020 zuzuschreiben ist. Der drittgrößte Sektor ist Gebäudewärme. Auch hier haben sich die Emissionen die letzten 20 Jahre deutlich verringert. Von 2003 bis 2022 haben sich diese etwa halbiert. Das liegt zum Beispiel an Solarthermie. Wer gelegentlich in Südeuropa unterwegs ist, wird diese Systeme hier kennen, die man in manchen Regionen auf fast jedem Dach findet. So ist der pro Kopf CO2-Verbrauch von über 9,3 Tonnen im Jahr 2007 auf etwa 5 Tonnen im Jahr 2022 gesunken. Schauen wir uns im Folgenden an, wie die extreme Abnahme der Emissionen um einen Faktor 3 im Stromsektor zustande kommt. Hier sieht man zunächst die Erzeugung durch Kohle, die die Antwort eigentlich schon liefert. Der Kohleausstieg ist in Griechenland seit etwa 2009 pro Gramm. Während es damals noch die mit Abstand wichtigste Quelle war, liefert Kohle heute nur noch etwa ein Siebtel der Energie im Hochpunkt. Ein Teil davon wurde ersetzt durch Gas, das heute in der Einzelposition die größte Quelle ist. Und natürlich auch Atomkraft. Darf in der Betrachtung nicht fehlen, diese spielt in Griechenland allerdings keine Rolle. Bei der Wasserkraft gab es bis in die frühen 2000er eine leichte Zunahme. Seitdem ist diese konstant. Durch Förderung mit einer festen Einspeisevergütung wie in Deutschland nahm die Photovoltaik ab 2010 zunächst zu und wurde dann abgewürgt. Durch die sinkenden Preise nimmt die Photovoltaik die letzten Jahre jedoch wieder deutlich Fahrt auf und ist die drittwichtigste Energiequelle nach der Windkraft. Diese nimmt seit etwa 2000 stetig zu und ist nach dem Gas aktuell noch die zweitgrößte Quelle. Vermutlich wird sie jedoch bald von der Photovoltaik überholt. Biomasse spielt in Griechenland eine eher geringe Rolle bei der Stromproduktion. Die deutliche Reduktion der Emissionen liegt also vor allem an einer deutlichen Reduktion von fossilen Energien, gepaart mit einer Substitution von CO2-intensiver Kohle durch Gas. Gleichzeitig haben die Erneuerbaren zugenommen und einen großen Teil der Kohle ersetzt. Stand 2023 besteht die Erzeugung zu etwa 50% aus fossilen und 50% aus erneuerbaren. Atomkraft spielt keine Rolle und ist auch nicht geplant. Ein geringer Teil der Einsparung wurde auch durch eine Reduktion des Verbrauchs erreicht. Hier gab es aber nur eine leichte Abnahme seit 2008. Wenn die Transformation in der Mobilität mit fallenden Preisen auch in Griechenland stattfindet, wird der Verbrauch vermutlich wieder etwas zunehmen. Griechenland setzt auf Photovoltaik und Windkraft und ist im Stromsektor durch ein aktuell sehr hohes Zubautempo drauf und dran, Deutschland im Bereich der Erneuerbaren zu überholen. Das im nationalen Klima- und Energieplan vorgesehene Ziel von 80% Erneuerbaren im Stromsektor bis 2030 scheint, betrachtet man das aktuelle Zubautempo absolut realistisch. Der komplette Kohleausstieg ist für 2028 geplant. Das Ziel Klimaneutralität will Griechenland bis 2050 über alle Sektoren erreichen. Insgesamt gibt es hier einige Parallelen zu Deutschland, was EE-Förderung, Kohleausstieg oder Atomkraft angeht. Allerdings sind in Griechenland die Umweltfaktoren besser als in Deutschland. Mit etwa 3000 Sonnenstunden im Jahr liefern PV-Anlagen mehr und konstantere Energie als bei den etwa 1500 Stunden in Deutschland. Das zeigt sich insbesondere in den Wintermonaten, in denen die Erzeugung deutlich größer ist. Dadurch sind entweder weniger saisonale Speicher notwendig oder ein geringerer Windkraftanteil, der wiederum höhere Gestehungskosten hat als PV. Auch für Windkraft sind die Bedingungen in Griechenland gut. Es gibt eine im Vergleich zur Größe des Landes lange Küstenlinie. Betrachtet man die Windgeschwindigkeiten in 100 Meter Höhe, gibt es jedoch auch viele Bereiche mit wenig Wind. Gleichzeitig hat Griechenland hohe Schulden, wodurch es natürlich schwieriger ist, Investitionen für die Energiewende zu stemmen. Griechenland schafft es hier jedoch, zahlreiche ausländische Investoren für die Energiewende zu finden. Der Kurs ist klar zu erkennen und die Energiewende bietet durch die sonnigen Bedingungen auch große Chancen für das Land. So plant Griechenland aktuell sogar eine HGU-Leitung bis nach Deutschland, um in Zukunft mit erneuerbaren Geld zu verdienen. Doch ähnlich wie in Deutschland kommt das Stromnetz im Land langsam an seine Grenzen. Die nächsten Jahre soll das Netz deutlich ausgebaut und Investitionen in Speicher getätigt werden, um eine Verdreifachung der installierten erneuerbaren Leistung zu ermöglichen. Der Anteil der Elektromobilität im Land ist noch sehr gering. 2023 wurden nur etwa 3300 vollelektrische Fahrzeuge in ganz Griechenland verkauft. Vermutlich können viele Privatpersonen die bisher höheren Investitionskosten für E-Autos noch nicht stemmen und die Ladeinfrastruktur ist auch noch nicht so weit ausgebaut. Richten wir im Folgenden noch einen Blick auf die Preise. Die Börsenstrompreise für Strom sind mit durchschnittlich etwa 120 Euro pro Megawattstunde, also 12 Cent pro Kilowattstunde, im Jahr 2023 hoch und höher als in Deutschland. Das liegt vor allem am hohen Gasanteil, wodurch Griechenland stark von den höheren Gaspreisen betroffen ist. Das sieht man auch hier an den Durchschnittspreisen im Jahr 2022 der Energiekrise, in dem Gas besonders teuer war. Betrachtet man den gesamten Verlauf, sieht man, dass die Preise aber aktuell auch wieder sinken und nur noch leicht über den Preisen in Deutschland liegen. Die Verbraucherstrompreise sind mit etwa 23 Cent im Jahr 2023 dennoch günstiger als in Deutschland. Gründe dafür sind staatliche Subventionen, die, ähnlich wie in Deutschland vor der Energiewende, nicht auf die Strompreise umgelegt werden. Einen genaueren Vergleich, zum Beispiel mit Deutschland, bekommt ihr, wenn ihr euch jetzt dieses Video anschaut, oder ein Video hier mit Zahlen und Daten zur Energiewende in anderen Ländern.